Hallo und herzlich willkommen bei CanHub. Ich bin Astrid und werde in diesem Tutorial den Uterus und die Vagina besprechen. Beide sind wichtige Organe des weiblichen Fortpflanzungssystems. Im Uterus nistet sich die befruchtete Eizelle ein und wird mit Nährstoffen versorgt. Die Vagina stellt den Geburtskanal und den Ausgang für den Menstruationsfluss dar. Bevor ich jedoch auf diese Funktionen genauer eingehe, werde ich euch den Aufbau des Uterus, der Vagina und der Vulva zeigen. Wie der Titel schon sagt, beschäftigen wir uns in dem heutigen Tutorial hauptsächlich mit dem Uterus und der Vagina. Wir werden aber auch auf umliegende Strukturen wie zum Beispiel Muskeln und Knochen, die die Organe stützen, eingehen. In diesem Tutorial betrachten wir das Becken vor allem in der Frontalebene. Hier befindet sich der Uterus, die Eileiter und die Ovarien. Hier unten seht ihr die Vagina frontal angeschnitten. Seitlich zeigen sich einige Beckenknochen und Muskeln. Ich kann hier jedoch nicht auf jede Einzelheit eingehen. Dafür empfehle ich euch die anderen Tutorials zu den Beckenorganen und weiblichen Geschlechtsorganen. Zuerst möchte ich auf die Knochen des weiblichen Beckens eingehen, die auf dieser Abbildung zu sehen sind. Hier links ist das Osilium, das Darmbein in grün markiert. Ihr seht, dass der Uterus sich auf einer Höhe mit dem Osilium im Becken befindet. Weiter unten ist ein zweiter Hüftknochen angeschnitten, genauer gesagt der Ramus inferior Ossis Pubis. Das ist der untere Ast des Schambeins. Den dritten Hüftknochen, das Os Ischii, sieht man übrigens auf diesem Bild nicht. Es befindet sich eher dorsal und wird daher von all den hier abgebildeten Strukturen überlagert. Beginnen wir mit dem ersten Hauptorgan unseres Tutorials, dem Uterus. Auf Deutsch wird er Gebärmutter genannt. Er ist ein längliches Hohlorgan und in etwa 8 cm lang. Er zählt zu den primären weiblichen Geschlechtsorganen, das heißt, er ist unabdingbar für die Fortpflanzung. Hier findet die Einnistung und Versorgung der befruchteten Eizelle statt. Ich zeige euch im Folgenden die verschiedenen anatomischen Abschnitte des Uterus, die aus dieser Perspektive sichtbar sind. Danach werde ich noch auf seine Topografie eingehen. In dieser Abbildung ist der Fundus, also der Gebärmuttergrund, in grün markiert. Die Bezeichnung Grund ist vielleicht etwas verwirrend, da der Fundus oberhalb der Cervix und der Vagina liegt. Wenn sich eine Frau allerdings bei einer Vaginaluntersuchung in Steinschnittlage befindet, ist der Fundus am weitesten weg vom Untersucher und dann macht der Name durchaus Sinn. Bei der Steinschnittlage liegt die Patientin auf dem Rücken, beugt ihre Hüften und abduziert sie leicht. So bekommt der Untersucher freie Sicht auf die Perianal- und Urogenitalregion. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf kenhub.com an. Für unsere Kenhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klicke auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.